Musik Wenn sie rauskriegen, wenn sie zufantunst, bin ich da auch noch so zu? Ja. Okay. Das ist... Oh nein! Ich sag jetzt nicht viel raus. Nicht nur kurz mehr. Schau, wie viel ist. So viel raus. Was hast du gesagt? Das ist nicht klar. 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 Ich versuche den Hals. Ich versuche ihn nicht. Darf man ihn schon drücken? Darf man ihn schon drücken? Okay. Böke! 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 Gleich fängt es oben! Wird da auch wer von euch? Ja! Ja, ich! Hat schon mal! Ok! Böke! Böke! Geht schon? Ok, ich werde drücken, ne? Ja. Und ja, zum Glück, es braucht einige Zeit, bis es wieder geht, richtig? Ja, dann warten wir halt. Äh, vier Dosen. Ja, trau dich, Stella. Nein, sie war das mal. Weil das braucht, das braucht einige Zeit, das war letztlich auch so. Und es braucht eine Zeit, bis es wieder geht. Oh. Stella. Ah, ähm, ich bin ja, sie weiß nicht. Ja, ja, sie weiß nicht. Alles klar. Weiß ich. Ja. Ich hab extra Bonus gekriegt. Brauchen. Will das auch wer von euch? Ja, ich. Du auch dann? Ja, das hätte ich vorhin meine Maske auch. Dann ist es doch... Sie beißt. Ja. Dann geh mal hin, wenn ich glaube. Ja. Ja, ok. Das schaffst du eh. Einfach hingehen. Geh hin. Ja. So, bist du in die Türkei von Ampel. Ok, gehen wir. Wenn der Lukas nicht weh, dann gehen wir. Ja, ja, ja. Nein, klar meinst du? Nein, klar. Entschuldigung. Nein, klar, komm, wir gehen. Passt denn nicht wie beim Lauch noch, oder? Ja, ich stehe gerade auch. Ja. Ja, das geht. Oder machst du jetzt? Ja. Na komm, da muss man hier warten. Da kann man gehen. Was? Ach so, schon. Ja. 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 Ja, okay. Du meinst Goldface. Ja, Goldface. Wow. Sie haben gehört, der Scream-Sachat und kommt raus, was? Sieh so. Es ist ein Stausfeld! Dann stell dich mal etwas näher hin, dass du als nächster drücken kannst. Ich bin halt immer. Das ist schon Wetter. Ja, geh mal hin und guck. Okay, darfst du? Letztes Jahr kannst du auch einige, die weglaufen sind. Hier ist der Herrmann. Ja, ja. Beneut ihn. Geh jetzt hin. Geh jetzt jetzt die Gelegenheit. Sie ist drinnen und wenn... Geh jetzt hin und warte dabei. Oder stell dich einfach davor hin, ich kann ein Foto machen während der Filmung. Warte kurz. Nein. Ich stelle dich davor. Ich kann ein Foto machen, wenn du willst. Davor einfach. Davor einfach. Davor. Davor stimmt. Das ist kein nettes Konzept. Aufmerksamkeit. 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 Dürfen wir auch reingehen? Dürfen wir nicht. Ich glaube, du würdest mit diese Hose scheissen. Ich war schon drin. Letztes Jahr. Super! Ja, Video ist auch gekommen. Du willst nicht drücken, oder? Er hat Angst. Ah ja. Was? Willst du drücken? Ja, dann für was? Super. Ja, dann kann ich auch. Ja, dann kann ich auch. Okay. Wollt ihr jetzt? Jetzt gehen wir. Okay. Okay. Highlight set.